Wo es Probleme gibt, gibt es einfach in der Kommunikation miteinander. Und da muss man halt einfach miteinander auch debattieren, wo notwendig auch strittig. Wir müssen dabei bleiben, wir müssen miteinander reden, wir müssen auch streiten, aber halt immer mit Respekt. Wir Bauern erwarten, dass wir nicht nur immer Auflagen zusätzlicher bekommen, sondern dass wir endlich darüber reden, wie wir Bauern solche Auflagen auch vergütet bekommen bei den Verbrauchern. Ich habe bei dem runden Tisch versucht, diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe wirklich zu manifestieren. Und die Landwirtschaft bewirtschaftet halt einfach die größte Fläche. Aber so ist sie nicht immer als Sündenbock sehen, sondern als Partner. Es ist halt leider so, dass in der Landwirtschaft am Betrieb arbeiten zwar Mann und Frau gleichberechtigt. Und ich darf mal sagen, die Bäuerin ist mindestens so wichtig wie der Bauer. Aber sie findet eigentlich im öffentlichen Raum nicht statt. Also die politischen Vertreter sind halt meistens Männer. Und ich finde das sehr schade, weil Frauen oft ganz einen anderen Impuls reinbringen in die Diskussion. Und das war ja gerade in der Situation, wo wir jetzt sind, ganz, ganz wichtig. Der runde Tisch, der beim Thema Artenvielfalt schon war, ist sehr konstruktiv gewesen. Und es sind auch sehr gute Ergebnisse dabei herausgekommen. Nur die Ergebnisse müssen auch angenommen und die Arbeit aus dem runden Tisch auch umgesetzt werden in die politischen Entzeitungen. Es sind wichtige Brücken gebaut worden und es gibt in vielen Bereichen damit jetzt ein konstruktives Gespräch. Und die nächste große Stufe ist das Gespräch mit der Gesellschaft. Und da müssen wir auch lernen, wechselseitig zuzuhören. Und auch lernen von Seiten der Landwirtschaft, uns mit unseren Situationen verständlich zu machen. Nur klagen hilft nicht weiter.